Tierschutz ist meine leidenschaftliche, liebevolle und bedingungslose Mission. Seit über 30 Jahren lebe ich den Tierschutz. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Egal ob im Ausland oder in Deutschland, gebe ich den hilflosen Tieren meine Stimme, denn sie haben keine eigene. Tierschutz bedeutet für mich Naturschutz und Naturschutz bedeutet Menschenschutz. Wir können nur in Harmonie und Liebe miteinander leben, wenn wir unsere Mitgeschöpfe und den Planeten genauso behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Ich möchte dich für diese wichtige und emotionale Mission sensibilisieren, denn nur gemeinsam können wir etwas verändern. Ganz egal, ob du bereits einen Tierschutzhund hast, mit dem Gedanken spielst, dir einen Tierschutzhund ins Herz zu lassen oder dich generell für dieses Thema interessierst. Ich verrate dir meine Erkenntnisse aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Ich spreche mit wundervollen und erfahrenen Tierschützern und gebe dir einen Wegweiser für das Zusammenleben mit Hunden aus dem Tierschutz. Ich räume Vorurteile aus dem Weg und werde dir durch Aufklärung die Angst vor dem ersten Schritt zum Tierschutzhund nehmen. Ich gebe dir hilfreiche Tipps zum Finden einer passenden Tierschutzorganisation, welcher du dein Vertrauen schenken kannst. Ich beleuchte die Vergangenheit und die Hintergründe eines jeden Hundes. Wo kommen diese Hunde eigentlich her? Was haben sie erlebt? Und stimmt es, dass viele Hunde aus dem Tierschutz Verhaltensauffälligkeiten zeigen? Durch mein Zusammenleben und die Arbeit mit unzähligen Hunden aus dem Tierschutz gebe ich dir vom ersten Moment an mein Wissen für eure wundervolle Mensch-Hund-Beziehung weiter. Leute, die schönsten Hunde sitzen im Tierheim. Ich bleibe dabei. Tauche gemeinsam mit mir ein in die spannende und emotionale Welt der Tierschutzhunde. Jeder Hund hat das Recht gesehen, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Jeder Hund kann dein Herz berühren, egal woher er kommt. Was wir von ihnen zurückbekommen, ist das Gefühl von endloser Dankbarkeit und Liebe. ganska klapp verrig значит, dass sie bei allen Menschen auch durchgehrt und jauchten Sie alle treffe.